so hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von enderal und ja wir müssen noch diesen hey du beschießt mich noch jemand das ist nicht ganz so geil komm mal her du kleiner so macht man das weg ist treue pfeile und silberstahlbogen und eine karotte und eine kartoffel seelengrund entdeckt hier gibt es aber auch sehr viel zu entdecken da möchte ich jetzt nicht hin ich würde jetzt gerne so langsam durch sein mit dem let's play um ehrlich zu sein denn ich nicht fahre bald im urlaub und ich würde das gerne davor fertig haben muss ich ehrlich sagen man sollte dann auch nicht in die falsche richtung laufen ist das hier die richtige richtung nein das ist die falsche richtung müssen hier entlang na komm schon komm gib mir und leistender funke ach wieso haut er denn jetzt ab hallo also so geht das ja nicht und äterner harnisch den muss ich unbedingt mal ab upgraden ey wieso konnte ich mich jetzt nicht teilen speicher ja äh äh geht doch ein bisschen Ambrosia. Ambrosia nehme ich gerne mit. Aber wir kommen jetzt wieder. Ey. Nicht auf mich. Ach ne. Boah, die Knochenbeißer sind aber auch wirklich heftig. Ich hoffe, habe ich gerade gespeichert? Ich habe gerade gespeichert, oder? Ja, ich habe gerade gespeichert. Jetzt esse ich mal meine Kartoffelsuppe. Gib mir den Typen da. Ich habe gleich einen Funken. Das zeugt er drauf. Komm mit, mein Kleiner. Wir gehen Knochenbeißer klopfen. Die sind wirklich heftig. Ohne Spaß jetzt. Knochenbeißer sind nicht ohne. Zumindest bei meinem aktuellen Spielstand noch. Hey, ich habe ja noch eine Eisenpranke. Nee? Nee? Untertitelung des ZDF, 2020 Geht doch, da kommt man doch hoch, schön, schick, 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 Felsbruch entdeckt, einmal speichern bitte. Wie viele Speicherpunkte ich inzwischen schon gesetzt habe. Wups! Hallo! Ach, du bist leer. Boah! Ihr müsst mich doch nicht alle so erschrecken. Guck mal, hier, diesmal geht es hier mit dem... Mit dem Ganzen, so, Eterna-Hahnig, ne, den, äh, warte mal, auf was kann ich den denn verzaubern? Es wäre geil, wenn ich den passenden Seelenstandard zu hätte, denn der wäre scheiße. Äh, hätte ich einen... Ne, aber das erste, was ich mit dem mache, ist halt den upgraden. Und das kann ich... Hier nicht machen. So, Lebensenergie oder Mana? Äh... Komm, ein bisschen Lebensenergie. Aber ich kann mir ein paar Lebenstänke basteln, oder? Guck mal, herstellen. So. Dass man immer wieder neue Sachen entdeckt. Schändige Ausdauer. Ausdauer wieder herstellen. Lebensenergie festigen. Mischung fehlgeschlagen. Naja. Aber... Ich kann ein paar Schmetterlinge fangen. Der Schlechter von Ark. Natürlich nehme ich das mit. Äh... Wo muss ich hin? Da muss ich hin. Ah ja, genau. Und ich kann ja, ähm... Hier, äh, noch, ähm... Meditieren. Und meinen nächsten Punkt ausgeben. Und zwar hier vorne. Beim... neuen Gesellen-Schloss. Das jetzt knackbar ist. Gesellen-Schlösser sind jetzt knackbar. Das ist schon... schick. So. Äh... Drei Handwerkspunkte. Lernpunkte. Okay. Gut, gut. Dann, ähm... Das Plattenbuch Handwerkskunst. Lichtmagie. Ja, komm. Handwerkskunst erhöht. Dann lass mal weiterlaufen. Oder ist hier noch was? Aua. Hey. Hey. Scheiße. Ach, Mann. Das kann doch jetzt nicht wahr sein, dass ich... Habe ich jetzt schon meinen Handwerkspunkt ausgegeben? Was ist denn jetzt los? Natürlich habe ich es jetzt wieder nicht ausgegeben. Handwerkskunst. Zack. Nein. Ich wollte doch noch nicht meditieren gehen. Wieso? Ich wollte doch Fokus haben. Äh... Naja. Ja. Gib mir Fokus. Da mal kurz meinen geliebten Feuerelementer. Dann das Zeug. Fokus. Ach, Näh, ne? Verdammt. Nochmal. Fokus. Komm. Bleist in der Funke. Verdammt. Nochmal. Hier ist noch irgendwo. Türenohr. Oh. 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 Try it one Mitch.